Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wie versprochen die Plug Power Aktie für euch dabei. Ja, hier ist einiges passiert auch in den letzten Wochen und Monaten. Ähnlich wie bei Nell, da könnt ihr nach dem Video auch gerne mal vorbeischauen. Da habe ich gestern ein neues Update rausgebracht. Heute hier eure Platz Nummer 1 Wahl, Plug Power. Auch heute werde ich wie gesagt auch wieder eine neue Abstimmung im Community Tab bringen. Also da gerne mal vorbeischauen, da könnt ihr wieder nachher so in der nächsten Stunde ungefähr die nächste Abstimmung mit teilnehmen. Und heute schauen wir uns aber mal so die wichtigsten und aktuellsten Infos zu Plug Power an. Wie geht es hier vielleicht in Zukunft weiter? Was ist jetzt gerade vielleicht extrem positiv? Auch wenn wir hier jetzt den Minus 50% stehen haben. Die beziehen sich hier einfach auf den Jahresverlauf. Das schauen wir uns nachher im Chart auch zusammen an und gehen dann kurz und knapp auf die wichtigsten Jahreszahlen zusammen ein. Und bevor wir starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo dalasst und auch die Glocke aktiviert. Das kostet euch natürlich auch nichts und ihr könnt mich damit unterstützen. Dafür könnt ihr hier aktiv am Kanalgeschehen teilnehmen und ihr verpasst keine Analyse und kein Update mehr zu den angesagtesten Aktien. Und dann starten wir auch schon direkt los. Dann will ich gar nicht weiter an dem heißen Brei reden. Dann schauen wir uns jetzt hier wirklich mal so ein bisschen die Plug Power News an. Und zwar ist es so, dass man jetzt wieder vielversprechend in den Oktober gestartet ist. Das kann wirklich so ein bisschen aufhorchen lassen. Das sehen wir nachher auch gleich im Chart zusammen. Man hat eben im September noch eben eine sehr, sehr rasante Talfahrt hingelegt. Man ist insgesamt um wirklich 50 Prozent nach unten gegangen. Und man konnte jetzt wieder wichtige Chart-technische Unterstützungen zurückerobern. Und das sehen wir gleich im Chart. Und was ist hier jetzt auch noch passiert, ist eine richtig, richtig coole Sache. Und zwar geht es um Plug Power & Life. Da ist ein riesen Wasserstoffprojekt in Europa geplant. Finde ich eine mega Sache. Und zwar der Wasserstoffproduzent Life und der Brennstoffzellenhersteller Plug Power selber eben. Die planen jetzt hier ein riesen Projekt mit einer Leistung von 200 Megawatt. Das Projekt ist hier in Holland, also in den Niederlanden geplant. Und ja, die Franzosen wollen hier in der Kleinstadt Delsville den Standort festlegen von dem ganzen Projekt. Und ja, der direkte Zugang zu erneuerbaren Energien war eben jetzt für diese Auswahl auch ausschlaggebend. Um was geht es genau? Wie gesagt, Life ist ein französischer Wasserstoffproduzent. Und man möchte hier eben mit Plug Power dieses Megaprojekt starten mit 200 Megawatt. Und warum Delsville? Ich spreche es jetzt, glaube ich, falsch aus. Ich kann einfach auch kein Französisch, muss ich gestehen. Ist aber ein idealer Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff eben aus erneuerbaren Energien. Weil mit den vor der Küste gelegenen Offshore-Windkraftanlagen gibt es in der Kleinstadt einen direkten Zugang zu erneuerbaren Energien. Und das macht den Standort auch so attraktiv. Und deswegen, wie gesagt, ist es hier auch darauf gefallen. Genau, und zudem ist Delsville die Heimat einer signifikanten Industrie und verbraucht bereits jetzt viel Wasserstoff als chemischen Rohstoff. Und der Bedarf wird künftig noch beträchtlich steigen. Und deswegen möchten wir das Projekt dort starten. Genau, also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Beziehungsweise wir sind hier nicht in Frankreich, wir sind natürlich weiterhin in Holland. Trotzdem habe ich das falsch ausgesprochen. Ist mir jetzt gerade gekommen. Der französische Wasserstoffproduzent nennt sich hier eben nur live. Aber der Standort ist natürlich in den Niederlanden. Genau, das wollte ich jetzt bloß nochmal ausbessern. Aber wie gesagt, ein mega cooles Projekt. Ich glaube, das kann hier wirklich Aufwind geben und Umsätze reinspielen für die zukünftigen Sachen. Es sind erstmal Ausgaben, das darf man nicht vergessen. Also hier wird natürlich auch erstmal ein kleines Loch in die Kasse gerissen. Aber langfristig, glaube ich, stehen die Aussichten bei Plug Power gar nicht schlecht. Und sie haben sich auch im Gesamtmarktumfeld überhaupt nicht schlecht gehalten. Und das werden wir gleich zusammen sehen. Denn wir haben heute zwar wieder ein Minus von knapp 2%, stehen bei 20,06 Euro. Haben jetzt so eine breite Seitwärtsphase. Wenn wir aber schauen, wir kommen hier von knapp 40 Euro Allzeithoch her oder Jahreshoch. Sind wir jetzt um 50% eingebrochen eben. Aber wir haben hier jetzt wieder eine ganz, ganz wichtige Marke im Visier. Und das ist die 200-Tage-Linie. Die gilt es jetzt hier wieder zurückzuerobern. Sollte diese halten, dann kann es ja wieder hochgehen bis zur 50-Tage-Linie. Und wie gesagt, bis ganz nach oben ist der ganz große Widerstand hier bei um die 40 oder knapp 39 Euro beim Jahreshoch. Nach unten hätten sie mal abgesichert bei 12,80 Euro. Da ist das Jahrestief. Ich denke, hier sollten wir auch nicht runterlaufen. Da ist auch bisher nur ein bis fast zweimal das Ganze in der W-Formation aufgeklatscht. Und aber dann der Kurs wieder mit einer ganz, ganz starken Erholungsbewegung nach oben durchgebrochen. Aber wie gesagt, mit dem jetzigen Projekt, was hier ansteht, kann ich mir durchaus eine schnellere Erholung auch vorstellen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze auch mal hier im Wachstums-Check an. Bevor wir da drauf aber eingehen, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch Canoel verlinkt. Ein richtig cooles Tool für Geschäftsberichte. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ihr könnt ja auch den Unternehmensfinder nutzen. Das Premium-Abo einfach mal 14 Tage kostenlos testen. Und wenn es euch gefällt, dann natürlich behalten. Hat riesen, riesen Vorteile. Könnt ihr Sentiment-Analyse machen. Also ganz, ganz tolle Sachen. Habe ich euch direkt unten gleich mal verlinkt. Ja, und dann schauen wir uns jetzt hier eben den Wachstums-Check an. Der hat 7 von 15 Punkten. Also ist eigentlich ganz okay. Nicht überragend, aber völlig in Ordnung. Wir haben hier ein durchschnittliches Umsatzwachstum auf die letzten zwei Jahre von ungefähr 47%. Und im Quartal gegenüber dem Vorjahr sind wir um ganze 21% gewachsen. Die Performance auf 12 Monate liegt bei 5%. Auf die letzten drei Monate aber bei 80%. Der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, waren wir knapp drüber. Jetzt ja wieder leicht drunter, wie ihr gesehen habt. Aber da müssen wir jetzt schauen, dass das Ganze wieder zurückerobert wird. Was hier gut ist, ist die Kapitalaufnahmefähigkeit. Also Börsenwert im Vergleich zur Verschuldung liegt bei 19,35. Das ist ein sehr, sehr starker Wert und somit ergeben sich insgesamt die 7 von 15 Wachstumspunkten. Dann schauen wir uns jetzt hier aber auch mal den Qualitäts-Check an. Natürlich ist Plug Power noch keine Qualitätsaktie, sondern eher Richtung Wachstumsaktie. Trotzdem sehen wir, wir haben auf 5 Jahren Umsatzwachstum von 42,36%. Die Stabilität kann nicht so ganz hier gehalten werden, auch das EPS-Wachstum. Und wir sind natürlich hier noch in keinem Profit-Bereich. Das heißt, die Profitabilität und Rentabilität haben wir 0 von 3 Punkten. Und deswegen fällt auch der Qualitäts-Check hier etwas schlechter aus. Wir haben eine Eigenkapitalrendite von minus 71%, eine Nettogewinnmarge von minus 42%. Also hier muss einfach noch einiges passieren. Aber es muss auch erstmal viel investiert werden. Und man muss das Ganze, glaube ich, auf die nächsten 10 oder sogar 20 Jahre auf jeden Fall sehen. Die Volatilität ist ja auch sehr hoch. Man sieht es auch am Kursverlauf bei 13,21%. Was aber wirklich für das Unternehmen spricht, ist die geringe Finanzverschuldung. Die liegt hier gerade einmal bei 13,62%. Das ist mal so das Wichtigste hier im Qualitäts-Check. Dann schauen wir uns natürlich hier noch die Ergebnisentwicklung in den Jahreszahlen an. Weil da sehen wir, dass wir eben hier, wie es sich bei einem Wachstumsunternehmen gehört, die Umsätze stetig steigern können. Im letzten Jahr hatten wir einen Umsatz von 502 Millionen US-Dollar. Dieses Jahr ist bereits fast eine Verdoppelung geplant auf 918 und nächstes Jahr auf 1,4 Milliarden. Bis 2024 sogar bei 2,1. Also hier sind durch die Aufträge wirklich richtig, richtig starke Umsatzquellen. Und auch das EBITDA soll bereits ab nächstes Jahr positiv sein bei knapp 33 Millionen. Da bin ich mega gespannt. Das Betriebsergebnis dann Richtung 2024, 2025 soll es dann ins Positive drehen. Und da seht ihr auch die ganz klare Umsatzrendite von minus 54% jetzt eben auf dann fast sogar das Nullniveau in den nächsten zwei Jahren. Und wenn sie das erreichen, dann wäre das wirklich mega. Ich sage mal so bis 2025 wäre meine Range, wo ich glaube, dass das Ziel erreicht wird. Das sehen wir hier auch in den Nettomargen. Die gehen dann auch hoch bis auf fast eben 0, also auf minus 2,57. Und auch der Gewinn pro Aktie bei minus 0,02 wird dann, denke ich, auch Richtung Ende 2024, Anfang 2025 hier ins Positive drehen. Alles, was früher kommt, ist natürlich eine positive Überraschung. Ihr könnt mir jetzt mal gerne unten die Kommentare schreiben, ob ihr Plug Power in eurem Depot habt, ob ihr vielleicht zugekauft habt und was ihr für die Langfrist-Aussicht denkt. Ja, und welche Aktien wünscht ihr euch? Schreibt es mal unten in die Kommentare und schaut immer im Community-Tab vorbei, denn da könnt ihr fleißig abstimmen, denn ihr bestimmt, was auf dem Kanal für Analysen gezeigt werden. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt und euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen, wenn ihr mich hier unterstützt. Ja, und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!